Jaya, 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 J 20.000 schießen, aber im Großen und Ganzen werden die Menschen mehr lächeln, ein wenig glücklicher sein, ein wenig liebevoller. Das Leben wird ein wenig schöner sein, was im Grunde das ist, was wir wollen, nicht wahr? Schließlich werden all diese Dinge im Interesse des menschlichen Wohlbefindens getan, aber das ist völlig in Vergessenheit geraten, denn das ist die Art des Männlichen, dass es nur in eine Richtung geht. Es wird nicht an die Umgebung denken, aber das ist nicht die Art des Weiblichen, das Weibliche versucht nicht irgendwo hinzugehen. Das Weibliche ist glücklich, wo es ist, das ist der große Unterschied, wenn diese beiden Dinge im Gleichgewicht sind, dann können wir irgendwo hingehen und auch genießen, wo wir sind, das ist es, was in der Welt passieren muss. D. Vielen Dank.